Musik Lieben Sie Europa? Ja, ich liebe Europa. Ja, na sicher. Ja. Warum soll ich es nicht lieben? Ja, natürlich. Nein, wir lieben es hier wirklich. Die sind so positiv. Lieben Sie Europa? Das war das Anstrengendste, das rückwärtslaufen. Wer liebt nicht Europa? Lautes schöne Herzchen. Warum? Der ist sowieso cool, der nimmt gleich das Mikro. Mir gefällt die Kultur, die Vielfalt und die Geschichte Europas. Vielfalt denke ich. Das ist ein ganz wesentlicher Bereich, die Vielfalt. Die jungen Leute können heute frei herumfahren, grenzenlos, mit dem Geld ist es einfacher und arbeiten können sie. Was würden Sie denn gerne geändert haben, wenn es nach Ihnen ging? Das Lebensmittel betrifft. Einfach, dass man da vielleicht schon mehr schaut, dass die Sachen nicht quer durch die EU geschifft werden und einfach so Import, Export vielleicht von Grundnahrungsmitteln einfach ein bisschen reduzieren kann. An dem arbeiten wir und da gibt es viel zu tun. Ja, dass man sich mehr mit den Menschen unterhält oder wirklich schaut, wie sie leben, was sie brauchen. Ich würde mir wünschen, dass es mehr sanktioniert wird, wenn Staaten die Demokratie in Frage stellen. Die Demokratie soll verteidigt werden und auch Errungenschaften in der Arbeitswelt. Die fand ich ganz besonders beeindruckend, weil sie ist extra hergekommen und hat geschaut, was wir da machen. Die hat sich echt was überlegt. Ich finde, insgesamt ist es ein sehr, sehr wichtiges Projekt, das hoffentlich noch eine längere Zukunft hat. Toleranz, Verständnis füreinander, offene Herzen. Das hat mich sehr berührt, ja. Die jungen Leute haben sehr, sehr viele Verbesserungsvorschläge. Im Großen und Ganzen geht es uns noch gut, würde ich sagen. Ein halbes Herz kriege ich hin und die andere Hälfte soll offen sein für Verbesserung und für den Rest, der noch kommt. Das sehe ich auch schon. Es ist noch viel zu tun. Berührt hat mich, dass ältere Menschen, aber auch junge Menschen sich Gedanken über Europa machen und Verbesserungsvorschläge gebracht haben. Und das zeigt mir, dass Europa seine Stärke nutzen muss, dass wir nachhaltige Entwicklung, aber den Schutz der Menschenrechte auch fördern, dass wir die Handelspolitik für alle spürbar machen. Das heißt, dass alle davon profitieren, große und kleine Unternehmen, aber auch die arbeitenden Menschen und die Umweltstandards, die Sozialstandards und auch die arbeitsrechtlichen Bedingungen verbessern. Und die Menschen haben klare Vorstellungen, was sie von Europa wollen, was sie an Europa haben. Für manche ist es Chancen, Möglichkeiten, für andere ist es die Sicherheit. Gerade Sicherheit lässt sich nur im europäischen Rahmen herstellen und nicht nationalstaatlich. Ja, man sollte viel mehr auf die Menschen hören und dann kann man auch verantwortungsvolle Politik machen. Also mehr Gemeinsamkeit, das ist irgendwie das Motto, das ich da heraushöre. Und das ist auch mein großes Plädoyer im Europäischen Parlament. Wir brauchen eine starke gemeinsame europäische Außenpolitik, damit solche Krisen wie Syrien nicht wieder vorkommen, damit wir nicht wieder zu spät dran sind. Liebe zu Europa ist etwas Großartiges, aber diese Liebe muss sich auch dann ausdrücken in Aktionen. Europa wird sozial sein oder es wird nicht sein. Europa ist eine Wertegemeinschaft. Das gehört dazu. Für jeden soll selbstverständlich sein, ein Krankenhausbett zu bekommen, egal wo in der Europäischen Union. Und was auch immer wieder durchgeklungen ist, Steuergerechtigkeit. Also, dass jeder seinen Anteil zahlen soll, egal ob Google, Amazon und Co. Wichtig ist daran zu arbeiten, was sie kritisieren. Nämlich, dass wir mehr Arbeitsplätze schaffen müssen. Arbeitsplätze für junge Leute. Dass Europa wieder einen Teamgeist entwickeln muss und nicht auseinanderbricht. Und ich sehe da die Chance in der Beschäftigung, zum Beispiel bei Umwelttechnologien. Wir brauchen eine saubere Umwelt. Wir brauchen gesunde Lebensmittel. Wir brauchen ein gesundes Europa. Das ist das, was die Menschen wollen. Und wir müssen uns gegen die Interessen der Konzerne, die ein Europa mit Klonfleisch, mit Glyphosat wollen. Das wollen wir nicht. Wenn wir dieses neue Europa schaffen, dann haben wir ein Europa zum Verlieben. Das war doch auch ein wenig. Das war doch auch eine große Herausforderung. Das war doch auch eine gute Idee. Das war doch auch ein ganzes Bild.